Durch Kastilien zieht sich ein Gebirgszug und an dessen Hängen befinden sich die Viura-Rebstöcke der Finca Antigua. Durch die hohen Unterschiede zwischen Tag und Nacht ist es auch in dieser heißen Region möglich, lecker frische Weine zu erzeugen. Der Viura der Finca Antigua zeigt diese Frische, gepaart mit exotischen Fruchtaromen und einem wunderbaren mittelgewichtigen Körper. So schmeckt ein typischer Weißwein aus Spanien. Gerade zu einem Fisch vom Grill auf der sommerlichen Terrasse ein absoluter Hochgenuss. Untertitelung des ZDF, 2020